Musik Man kann als Abgeordneter wahnsinnig viel verändern und den Menschen helfen. Und das möchte ich gerne weiter tun. Musik Als Familienvater weiß ich, vor allem junge Menschen haben bedingt durch Corona eine schwere Zeit durchgemacht. Deshalb will ich vor allem ihre Zukunft in den Mittelpunkt stellen. Dazu gehört auch der Vereinssport. Musik Vater hat mich damals mitgenommen zur Fortuna und seitdem bin ich großer Fan und inzwischen Präsident des Fortuna-Fanclubs Rote Karte gegen Rechts. Musik Musik